Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Zu selber Zeit hatte es etwa 2'000 Abonnenten. Jedes Heft wurde von vier Personen ganz im Versteckten gelesen. Wo ist denn das? Ich habe hier noch eine Wäsche. Das Grossartigste am Kreis sind die Wäldsäume. Das waren damals die einzigen schwulen Grossanlässer weltweit. Schön, dich da hat es gesehen. Ich weiss nicht, zu wem ich gehöre. Weisst du sie? Das ist ein Herz. Das kann nicht sein. Ich habe den Ernst nicht gesehen, an dem Tisch zu sitzen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist der Star vom Kreis. Also kannst du dich an den Herren machen. Verbotene Hefte nach Deutschland schmuggeln. Wem sollte das das Leben retten? Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Nein, aber registrierbar. Alles wird zum Erbrüchung werden. Sie wollen also Lehrer werden. Sie sind gar noch nicht gewählt. Der Kreis ist mein Zuhause. Und das machst du mir nicht kaputt. Für mich wird es zum Gefängnis. Der Kreis ist mein Zuhause. Wir sind doch kein Verbrach. Und wir sind kein Verbrach. Mama.